Haben Sie genug von negativen Gedankenschleifen und Selbstzweifeln? Die Zeit ist reif für einen achtsameren Umgang mit sich selbst? Sie möchten gerne glücklicher und zufriedener leben, wissen aber nicht wie? Dann ist die iCare Challenge genau das Richtige für Sie. 30 Tage lang erwartet Sie eine Tagesübung für einen besseren Umgang mit sich selbst und zwar im Hinblick auf Dankbarkeit, Selbststärkung, Vorstellungs- und Anziehungskraft. Das Besondere ist, dass Sie ein Hilfsmittel an die Hand bekommen. Ein thailändisches Armband, das sei Sinn. Bei jedem Blick darauf werden Sie so an die Übung erinnert, egal was Sie machen oder wo Sie gerade sind. Los geht's! 30 Tage, Achtsamkeit, Glück, kümmern Sie sich um sich selbst. Sagen auch Sie, iCare. Gehen Sie doch heute mal an Ihre ganz alltäglichen Routinehandlungen mit Achtsamkeit heran. Wie schmeckt der Apfel? Wie die Tasse Kaffee zwischendurch? Wie fühlt sich der Wind an, der Ihnen beim Weg zur Bushaltestelle ins Gesicht weht? Wie riecht die Luft? Erleben Sie alles ganz bewusst. Die Übung besteht also darin, heute nichts anderes zu machen, sondern es anders zu machen. Das tut gut, denn wer häufig in sich geht, ist weniger außer sich. Wie schützt! Wie schützt! Wie schützt! Wie schützt! Wie schützt! Wie schützt! Wie schützt!